Was ist denn das für'n Wagga-Text? Du hast dich mal krass im Pfeil vercheckt Entspann dich mal, du Sacknase Du hast ne krasse Schnapsfahne Ich geh in den Laden und kauf Batterien Nintendo DS, Counters, Right-Navine Danach ne Flasche Bier und eine Flasche Schnaps Süßarm Zahnfleisch, Mann das ist Spaß Red Land Sonntag geht's ins Ashram, da kommst du nicht an Hashram Meditation um halb drei, vollkommen drogenfrei Entschlackung und Detox mit Tee und Dreadlocks Oh Mann, ich will hier raus Was ist das für'n Haus? Jetzt soll ich mich besinnen Nur Verrückte sind hier drin Hau den Sample jetzt hier rein Es gibt vegan Wein? Oh Mann, das Licht ist hell Ist das ein Auto oder was? Fast vier, ich mach mal schnell Der weiße Schnee ist ganz schön nass Ach nein, das war die Tram Und meine Augen drehen ab Die Tür geht zu, ich steh davor Verdammt, das weicht knapp Egal, da ist ne Bank Na dann wart ich halt nen Tag In meinem Mund noch der Geschmack von diesem Whisky, den ich mag Jim Beam, Jack Daniels und der ganze andere Ami-Scheiß Für meinen wohlgeformten Gaumen ist nur Jameson wirklich nice Red Land Red Land Sonntag geht's ins Ashram, da kommst du nicht an Hashram Meditation um halb drei Vollkommen drogenfrei Entschlackung und Detox Mit Tee und Dreadlocks Oh Mann, ich will hier raus Was ist das für'n Haus? Jetzt soll ich mich besinnen Nur Verrückte sind hier drin Hau den Sample jetzt hier rein Es gibt vegan Wein? Es ist jetzt locker schon nach Sächs Ich steuere durch die Straßen Verloren auf den Schienen Die Lichter sind sehr hell Ja fast schon eher grell Sie blenden mich Kein Ausweg aus dem Jetzt Ich stell mich der Bedrohung hin Koch, Wolke, Reis Was soll ich dazu sagen? Das war einst der neister Sonderpreis Dieser sehr lecke Kochbeutelreis Den ich verspeis Egal zu welcher Nacht Egal zu welcher Tageszeit Red Land Sonntag geht's ins Ashram Da kommst du nicht an Ashram Meditation um halb drei Vollkommen drogenfrei Entschlackung und Detox Mit Tee und Dreadlocks Oh Mann, ich will hier raus Was ist das für ein Haus? Jetzt soll ich mich besinnen Nur Verrückte sind hier drin Hau den Sample jetzt hier rein At last Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Haus?